Hallihallo und herzlichst Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter 3. Ich habe mich daran erinnert, wir haben vergessen den Kraftschutz zu machen. Also ich habe es gerade gesehen. Mir fehlt also noch Kurupeko Schuppe. Das heißt, die werde ich mir jetzt erstmal besorgen. Damit wir nicht mit diesen geilen Digimon Fluggläsern weiter rumrennen müssen. Die haben einfach zu wenig Verteidigung. Wir nehmen uns einfach wieder die Königsklau. Ich meine, zwei Schuppen werden wir jetzt, ich denke mal, auf jeden Fall relativ schnell bekommen. Das soll doch besser sein als das hier. Alter, Auto sortiert und da hast du irgendwo was an der Klatsche. So ernsthaft. Egal. Ich weiß noch, wir haben jetzt mal den Growth Buggy gemacht. Echt unglaublich erfolgreich, das muss man mal sagen. Überhaupt nicht lang gebraucht oder so. Egal. Jeder muss mal schwach anfangen. Boah. Ich überlege gerade. Irgendwie ist mir gerade mit der Zunge fest verbunden. Aber egal. Wir bräuchten noch ein paar Eisenspitzen für den Fall, dass wir irgendwo dran vorbeilaufen. Ansonsten können wir uns jetzt auch direkt in den Kampf aufmachen. Habe ich eigentlich irgendwelche Fähigkeiten momentan? Ähm. Status. Das müsste es doch sein. Ja. Nein. Ich habe überhaupt nichts. Das erklärt, warum ich immer noch so viel Schaden kriege. Okay. Ne. Hier ist es. Spiel mit dem Feuer. Iiiiiiii... Ja. Äh, ja. Genau das jetzt. Sollte ich doch wohl dezent hinbekommen, so einen Gebäck zu erjagen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und ich kann euch sagen, ich muss, obwohl ich gerade nicht ganz in den Rindiflus habe, heute wohl noch ein bisschen länger aufnehmen als sonst. Liegt einfach daran, dass ich mich jetzt so mit Steam geeinigt habe, dass er für diese nächste Woche, die jetzt für mich bald ansteht, die Elgato bekommen wird. Damit er auch mal wieder aufnehmen kann. Wie bereits in der Gegend gesagt, vor einigen Tagen. Und ja, deswegen muss ich jetzt im Vorrat aufnehmen. Das ist ganz schlimm. Ich weiß. Jetzt habe ich endlich eine Entschuldigung dafür, dass ich nicht zum Essen kommen muss. Wow, ich muss meine Eltern nicht mehr sehen. Ne, sind eigentlich ganz nette Typen. Manchmal. Apropos. Es war auch so genial. Ich wache heute früh auf. Es sind ja für mich mehr oder minder Ferien. Schulfreie Zeit könnte man es auch nennen. Ich dachte schon, ich wäre hier nicht mehr. Das wäre schlimm gewesen. Denn hier warten aufs Studium sozusagen. Dann habe ich Monate Zeit, bis ich wieder irgendwas zu tun habe. Und deswegen kann ich immer schon ausschlafen. Wie gesagt, ich mache heute früh auf. Ich gehe aus meinem Zimmer raus. So mit täglicher Morgenschiss, wenn man es so will. Und, ähm, gucke nach unten. Und sehe da. Shit. Nein, ich sehe keine Scheiße. Ähm. Etwas Weißes. Ich gucke hin. Ist ein Zettel. Ganz lieb, wo meine Mutter draufsteht. Kühlschrank. Also ne, ne, warte. Und zwar Geschirrspieler ausräumen. Alles dasselbe. Und dein Zimmer saugen. Und noch ein schönes Herzchen. Warum nicht? Mit Zweidi drin, ne. Ganz lieb gemacht. Und ich bin auch so, ja. Werde mich so lieb darum bittest. Ohne auch nur einmal bitte zu sagen. Dann kann man doch mal so nett sein und dir diesen Wunsch erfüllen. So, jetzt ist die Frage. Brauche ich noch mehr für diesen Zündstein oder eigentlich überhaupt nicht? Ich hoffe ja eigentlich überhaupt nicht. Und nie wieder. Und auf immer und ewig nicht. Aber man weiß ja nie, was die Monster Hunter Waffen so von einem Woll gerufen, um verbessert zu werden. Ey. Vielleicht gehe ich ja jetzt mal ein bisschen auf die Flügel. Aber, ja, komm. Ist gerade eins mit dem Ding kaputt gegangen? Ne, ich wollte schon sagen. Das wäre extrem komisch gewesen. Aber noch ein bisschen die Ton für mich leiser. Dann kann ich besser shit hören, was ich denke. So wie zum Beispiel Goro Peko, du bist so ein Arschloch. Da ist es gar nicht verdient, Perry genannt zu werden, weil Perry ist cooler als du. Und ich habe noch ein paar Erste. So, dann habe ich mir noch ein bisschen Geld. Da hast du meinen laufenden Geldbeutel. Zumindest kann ich mir meinen Geldbeutel aus seinem... Oh fuck. Habe ich ein Schwein? Aus seiner Haut ist ein locker basteln. Und wenn nicht, dann verkaufe ich die Haut und kaufe mir selber ein neues Geldbeutel davon. Von mir aus habe ich auch nichts dagegen. Shit. Ach man, Guru Peko lässt mich doch mal in Ruhe. Ich kümmere mich doch überhaupt nicht um dich. Wahrscheinlich deswegen. Es tut mir leid, Peggy. Ich komme ja gleich wieder zurück zu dir ins Bett. Aber könntest du erstmal mich ein bisschen mit deiner Flamme verschonen? Das wäre extrem nett. Uso schneller bin ich dann auch wieder bei dir. Naja, kein Scheiß. Wenn du mich ziehen lässt und ich dann von eigenen Willen wieder zu dir komme, dann bleibe ich auch bei dir. Ist das so in Ordnung? Meine Peggy. Ja, ja. Scheint so, denn sie fliegt ja erstmal weg. Ja, ne. Jetzt bleibe ich hier. Also jetzt ist mein geliebter Geldbeutel auch weggerannt. Da kann ich überhaupt erstmal dich weiter penetrieren. Habe ich nichts dagegen. Ich musste fragen, wo sich Chacha schon wieder verkrochen wird. Hält sich wahrscheinlich gerade die Augen zu. Deswegen kann ich ihn nicht sehen. Habe ich auch letztens gelesen hier auf Facebook. Es ist egal, wie alt du bist und was für einen Charakter du hast. Wie böse du zu anderen Leuten bist. Wenn sich ein dreijähriges Kind die Augen zu hält, dann kannst du es nicht mehr sehen. So ist das halt. Da stürme ich voll und ganz zu. Und ganz ehrlich, ich will meinen Geldbeutel. Ich soll gefälligst stehen bleiben und aufhören wegzuleiten. Shit, ich habe keinen Kevin jetzt mitgenommen. Das hätte jetzt gepasst. Nicht wahr? Yay, Kristallknochen. Ich liebe Kristallknochen. Wir geben Punkte immerhin. Besser als gar nichts. So, hi Geldbeutel, das habe ich nicht mehr gesehen. Ich hätte gerne noch eine Verzierung. Also muss ich deine Rüche weiter abschneiden. Genau so. Schön, dass du da eiferschaft bist und über den Kopf hinst. Der ist so nett zu mir. Der hält sogar die Kopfhörmchen. Ist das nicht genial? Falls ihr euch gerade fragt, wie das Renobdoster am linken Bildschirmrand hätte verwirrt sein können. Das ist gerade über den Stein da hinten gelaufen. Und wenn Renobdoster gegen Stein laufen, sind sie verwirrt. Ich habe zwar einen Dickkopf und einen Steinschädel, aber das scheint nicht auszureichen. Eher einen Holzkopf. Genau so heißt das. Nicht Steinkopf. Okay. So. Dankeschön, dass du wegen einem Schlag nochmal weggerannt bist. Weil du mir noch mehr Zeit gekostet hast, große Yagi. Aber von mir aus. Ich habe dich jetzt getötet. Alles gut. Alter, lasst ihr mich mal in Ruhe. Ich will doch nur euren großen Häuptling aushalten. Den Boss. Of the bosses. Na komm. Ich schüttle doch schon wie wild meine linke Hand. Verdammt doch mal. Jetzt macht doch nichts. So. Danke Cha-Cha. Du bist ein unglaublicher Bodyguard. Unglaublich schlecht und spät reagierend. Aber ich hatte nicht mehr Geld. Deswegen habe ich mir keine bessere Leistung können. Noch mehr Kristallknochen. Alter, gibt es hier in der verdammten Wüste überall nur Kristallknochen. Oh mein Gott ey. Keine ordentlichen Abbaustellen. Und jetzt fliegt der Kuckuckuckuck weg. Du willst nicht auf Fleisch, Mann. Der kann doch nicht einfach so mich hier stehen. Ich will doch nur seinen Hut basteln. Mehr nicht. Nein. Er fliegt weg. Egal. Der müsste eigentlich beinahe tot sein. So. Kommst du bitte jetzt mal ran auf den Mäler. Ich habe dich lang genug verfolgt. Ich habe dich auch oft genug getötet. Zumindest deinesgleichen. Ich glaube ich habe das Recht, dich schnell zu erledigen. Du und du hast das Recht auf einen schnellen Tod. Ich hoffe da sind wir uns auch einig. Keiner will dich leiden lassen. Nein. So wie keiner eine Mauer bauen will. Zumindest in diesem Spiel hier nicht. In Strongbow sieht das schon anders aus. Yes. Da ist der zweite Stein kaputt. Das ist freundlich. Und du gehst mir bitte nicht auf die Pelle. Vor allem nicht wenn ich gerade witzeln müsste. Ich glaube das schaffe ich jetzt auch noch so. Komm der kann nicht mehr allzu viel haben. Der ist vorhin schon weggehumpelt. Hat sich jetzt wahrscheinlich ausgeruht. Aber da haben wir wieder. Ich habe mich schon wieder nicht geschafft. Den Stabil kaputt zu machen. Das war eigentlich gerade die perfekte Chance. Aber nein. Ich bin nicht stark. Und Cha Cha dreht sich da mal. Da der hätte keine verdorbene Milch essen sollen. Die Milch die bei mir im Papierkorb liegt nicht die Milch ist die du trinken sollst. Die ist eigentlich für andere Öffnungen bestimmt. Nur weil es weiß ist, ist es keine Milch. Zwangsweise. So wie alles was glänzt ist nicht Gold. Oder nicht alles was glänzt ist Gold. Nicht alles was weiß ist Milch. In gewisser Weise kann man es schon als Milch bezeichnen. Aber es hat dann eben eigentlich eine andere Funktion als getrunken zu werden. Cha Cha dass du immer alles ausprobieren musst. Da kommt er. Haben mich schon gewundert warum man da hinten stehen bleibt. Ob er sich vielleicht nochmal anders überlegt. Und lieber woanders abschnabeln will. Als schnabeltier. Ey. So. Vielleicht kriege ich es ja noch hin den Kopf zu kaputt zu machen. Ich meine ich bin da ja so geübt drin. Okay. In dem Moment wo ich meinen Satz ins Ende bringen will. Aber okay bin ich ganz zufrieden drüber. Ah ist das Ding schon mal weg. Yay Cha Cha sammelt mit. Weh du bringst mir keine Gugu Beko Schoko. Ah es geht doch nicht über Monster zerlegen. Yay Cha Cha. Ich habe so viel weiße Milch getrunken. Leicht trübe Milch. Yeah. Auf was man soviel Idee konfirm ist jetzt Blaze. Es ist eigentlich unglaublich und traurig. Aber egal. Oh mit zugekniffenen Augen. Der Kleine hat einen Tritt verdient. Opa Opa sieht er nur Cha Cha an. Ich bin kein Opa verdammt nochmal. Wenn dann bin ich dein Sensei aber nicht dein Opa. Klar. Ja. Naja er träut weiter. Den kann man nichts erzählen. Also kann man schon aber hört halt eben einfach nicht zu. Oh. Ja ist das ist das ein Pindelglas Hüpfer. Ja. Yes man. Ich habe endlich drei von denen zusammen. Ich weiß nicht wie ich das gemacht habe. Aber ich habe sie. Ah. Genial. Danke für den Greiche. Ich weiß immer noch nicht wie man die bekommt. Ich weiß nur dass man sie hier bekommt. Aber nicht wieso. Das ist traurig aber leider wahr. Ich bekomme die aber immer wenn ich auch noch so x90.000 andere sinnlose Sachen bekomme. Vielleicht liegt es ja in der Geschwindigkeit wie man die Quest macht. Oder hätte ich eigentlich noch mehrere von denen haben müssen. So. Rüstung, Schmieden, Kopfschutz. So wie sieht das aus? Vorschau. Oh. Oder? Entweder Stierkopf oder Hahnmann. Da habe ich sogar einen Schnabel. Okay. Fähigkeiten. Genau. Hier hatte ich mehr Verteidigung. Deswegen hole ich mir das. Ja. Ha. Dann mach mal alter. Muralianer Handwerker. Oi. Ja. Und ich will es ausrufen. So. Boah. Sehen wir nicht stylisch aus. Alter. Die neueste Fashion Mode aus dem Hause Paris und New York. Boah. Der Schweif weht im Wind. Und beim Treppensteigen weht er sogar noch höher. Boah. Leider kann ich mich jetzt nicht rollen. Der wird mich faszinieren. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen eigenen Schweif, der mir leider jetzt gecuttet werden kann. Ha. Ist das nicht geil. Ha. Okay. Zurück zum Hauptthema. Wir müssen auch den Waffen verbessern. Genau. Das Megademo. Stimmt. Deswegen konnte ich mir die Waffe ja nicht machen. Aber wir müssten mit genügend Geld das hier machen können. Okay. Ich brauche 12.130 wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wer denkt sich so eine bescheuerte Zahl aus. Aber von mir aus. Ähm. Verkaufen. Wir verkaufen jetzt schöne Werte. Mal wie gesagt. Und zwar hier. Der Zündstehende. Die Blei auch nehmen wir noch. Hydrohaut. Genau. Davon können wir mal ein bisschen was raushauen. So. Reicht leider noch lange nicht. Oh. Habe ich irgendwas was 5 kostet? Komm ich lasse mich irgendwas haben was nur 5 wert ist. 1 Wert. Abfall. Können 3 raus. Wird auch irgendwas was 2 wert ist? Ja. Hier ein Kraut. Bam. 8888 Z. Nice one. Muss man erstmal hinkriegen. Ha. Überhaupt. Zufällig. Komplett. Nicht gewollt. Irgendwo drauf hingearbeitet oder so. Und hiervon auch nochmal 5 verkaufen. So. 16.888. Schöne Zahl. Auf geht's. Ich hole mir meine dicke fette Lanze. Naja. Kann ich so ordentlich reiben. Das wird Spaß machen. Waffen vor. Nein. Doch verbessern. Genau. Ich könnte es auch die nähenste. Lanze machen. Aber erstmal. Gobo Moruga. Ja bitte auslösen. Und für Gobo Moruga Blues. Brauche ich ein Pari auf Sache. Schreckes Rachen. Fick dich. Okay. Die Lanze. Abenteuerdeutsch. Fick dich. Pergadizid-Erz. Großbargieklau. Das könnte ich mir farmen. Hätte ich ein Schlafmesser. Dann muss ich immer noch Geld für Bomben ausgeben. Mal schauen. Und hier alle Führerkämme. Und hier. Ja. Na. 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 Hier ein Flammenbeutel. Okay. Den kriege ich von der Ratia. Ja. Das heißt. Theoretisch hätte ich sie schon haben können. Wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. So. Lutruf Knochenkeule. Die hat Wasser. Am Ende. Oder den Knochenknüppel. Na. Das ist eine schwere Frage. Aber ich habe hier eine. Ah. Ich brauche hier Killerkäfer. Das heißt. Das Ding muss stark sein. Theoretisch. Mal rassen das hier weiter. Bitte nicht ausrüsten. Ritterlanze. Pilger. Die zieht erst. Na. Sigge Junge. Okay. Wir brauchen noch einige Erze. Merke ich gerade. Boah. Die Lanze ist aber cool. Sieht eigentlich nach Gift aus. Aber. Äh. Ja. Damit kann ich was anfangen. So. Wir werden jetzt. Als allererstes. Die Quest. Ja. Wir werden endlich noch vier angekommen. Verloren. Nein. Wir werden die Quest kalte Steine machen. Besorge acht Blutsteine. Peppe Zungen. Und der helle Höhle. Gebiet 5. Alter. Im. Ich habe. Eine. Ha. Nicht Regel aufgestellt. Aber eine. Erfahrung gesammelt. Sag mal so. Immer. Wenn man irgendwie Peppe Zungen. Irgendjemandem bringen muss. Das. Dann ist das keine nette Quest. Das hat mich Unite. Allgemein Monster Hunter bereits gelehrt. Irgendein böses Monster wird sich hier rumtreiben. Und das steht nicht bei den Hauptmonstern. Das könnte wichtig werden. Also schwierig. Aber das wird geil. Und das hier ist sowieso genial. Okay. Ich mache aber trotzdem die Blutsteine. Aber ich weiß jetzt. Dass ich mich gut vorbereiten muss. Und ich einfach so hingehen kann. Ja. Machen wir mal. Ne. Bin der Babo. Ich schaffe eh alles. Und das wird da nicht funktionieren. So. Erstmal verstauen. Ich brauche keine Kaltgetränke in der Tontra. Das ist klar. Schallbomben können auch abgelegt werden. Die Dunkbomben ebenfalls. Die Weststeine bleiben. Das hier kein Ding. Und. Tränke rausnehmen. Ha. Unglaublich vorbereitet. Zehn Tränke. Jetzt kann alles kommen was will. Sowieso alles platt. Alter. Ich hatte Ratian erledigt. Was zur Eishülle kann ich jetzt noch umbringen. Nix man. Aber. Erstmal ein paar. Schöne. Blaupizza. Ausholen. Ich weiß immer noch nicht welche Idiot hier Nadelbeeren angepflanzt hat. Aber lassen wir's. So. Das wichtigste ist jetzt erstmal Honig. Nicht die fleißigen Bienen benutzen. Die brauchen. Oder doch. Fleißige Bienen können benutzt werden. Ich kann mich eh wieder tauschen wenn's sein muss. Ok. Und ich brauche viel Honig. Eigentlich bräuchte ich auch nach so einer Nacht sagen. Aber ich mag erstmal noch mehr Honig. Da habe ich noch ein paar fleißige Bienen. So. Jetzt bauen die erstmal an. Und weil ich nicht weiß was da kommt. Mache ich jetzt erstmal eine Farm Quest. Hehehe. Ja. Eine Farm Quest von der Farm Quest. Warte was ist momentan? Dorf. Dschungel. Warte. Im Mokkerwald. Genau. Oh. Zwei große. Toll. Was Rohstoffe reichlich Waren gibt's in zwei Tagen. Naja. 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 Das kann man ignorieren. Wer braucht schon reichlich Waren. Also wirklich. Kann ich mir auch selber farm. Lange. Und andauernd. Brauche ich jetzt nicht auf einen Tag reichlich Waren zu sammeln. Vor allen Dingen woher der das wissen will. Ja also ich sehe. Die Steine wachsen heute gut. Das heißt übermorgen wäre wir hier reichlich Waren haben. Ah. Bin ich mir sicher. Ok. Euch brauche ich nicht töten. Ich konzentriere mich gleich auf die große Ergieß. Und auf die Abbaustellen. Sollten hier irgendwelche sein. Ich habe ja meine Eisenspitzhacke mit. Und gerade Eisenerz, Erdpistalle und Maraniterz könnte ich in Zukunft noch gut gebrauchen. Daher gehen wir da gleich mal als erstes hin. Wo ich das dann am Ende vergesse. Der Honig wird jetzt angepflanzt. Das heißt ich brauche nicht mehr zu sammeln. Und dann passt das eigentlich auch alles. Das heißt. Das heißt.